Ja, ich würde ja fast behaupten, dass die Maschine lebt. Ich meine, super, sie hat mitgekriegt, dass wir sie gerettet haben und ist jetzt super tolle Happy. Schnitti, Supername. Erstmal voll das Logo dran gesprayt. Überhaupt nicht aufwendig. Aber okay. Jo. Und als nächstes kommt die Rettungsmission. Ach, los geht's los. Und jetzt kommt die Rettungsmission. Und jetzt kommt die Rettungsmission. Okay. Das ist nicht gerade schön. Okay. Jetzt kommt die Rettungsmission. ja dann los ja die hübsche verkleidung wieder genau anling anling chocoball anling chocoball anling chocoball zu erfolgen wie anling chocoball anling chocoball anling chocoball anling chocoball anling chocoball anling chocoball Geile Dummheiten. Aber warum nicht? Geile Dummheiten. Geile Dummheiten. Geile Dummheiten. Geile Dummheiten. Und alles fühlt ganz schnell. Oder bleib spur. Du wirst hier unter sinnlosen Schwaden sein. Na, mein Fieber, Anführerin des Fundes der Morgenberufe, dass in einem so schwachen Mädchen eine solche Gratesteckung für eine Verschwendung ist. Ich will dir die Hälfte deines Körpers davon zu beschreiben. Trink sie ins Camp. Ich brauche die Beratung zur Untersuchung im Labor von Castronerianum. Jawohl. Eieiei. Der guten Frau wird aber ganz schön zugesetzt. Eieiei. Dimm-dimm. Dimm-dimm. Okay. Bix macht schon wieder Sachen kaputt. Oh, okay. Okay. Das Makro wollte ich eigentlich nicht posten. Meinst du den? Oh, nur wollte. Ja, well, ja. Ja. Eieiei. Dimm-dimm. Vielen Dank. 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 Danke. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. das tankrad etwa verrät das wäre ja auch was ja nicht ganz so wie geplant aber ok ok warum ist der ein unverwundbar hallo hä warum ist denn der warum ist denn der unverwundbar doch nicht etwa deswegen naja geht doch ja 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 da gibt es noch einen dritten jetzt Okay, das finde ich jetzt dezent nervtötend. Na, komm. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Meine Fähigkeit von dem hat aber eine lange Range. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Oh mein Gott, heil doch die Maschine hoch. 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 Ach du Scheiße. Oh mein Glück, ihr seid alle unverletzt. Ich möchte mir gerne sehen, was die für Augen und Frisur eigentlich hat. Oh mein Gott, heil doch die Maschine hoch. Oh mein Gott, heil doch die Maschine hoch. Ja, mein kleines Haustier ist das. Oh mein Gott, heil doch die Maschine hoch. Oh mein Gott, hein? ...or. Ich will mein Robo wiederholen. ... Allein Figuren Eiseas Da machen sie sich lächerlich mit ihren hohnen Reden für die Einheit ihrer Völker Welch unbeholfenen Gefahr mit diesen natten Beifallklatschen Baderaufdruck tausendmal bemühter Plattitud Ihr Dilettanten Es mangelt euch an Kraft Ihr plagt euch ab mit Kreaturen die mich nur ein müdes Lächeln kosten Um tausendmal bin ich den Prima überlegen. Ich bin die Rettung der Oseas. Begreift ihr das, ihr imbeziden Narren. Was ist das? Erflucht. Das ist die Waffe, die Garuda aufgesaugt hat. Das wäre das, ihr imbeziden und nicht mehr für mich. Ultima! Ein Vermächtnis der Alaga, das in Alamigo ausgegraben wurde. Die absolute Waffe. Kein Primae, der damit nicht betrungen werden könnte. Keine Armee, die ihr standhalten würde. Verflucht sollst du sein, Gaius. Sehe, da, neben dem Legatus. Ein Aschini. Sie ist gegangen. Es ist ein dunkler Fisch. Die höchste Stufe der Aschiers. Dann muss das La Havrea sein. Aschieren La Havrea. Danke. Nein, jetzt habe ich die Lache verpasst. Manu, das ärgert mich jetzt. Oh, fuck. Okay, dass er Verräter ist, hätte ich mir jetzt noch vorstellen können, aber du sagst es. Wer hätte sowas gedacht? Ich habe ihm auch noch vorgeschlagen, dass er die Nachforschungen über die Aschierens übernehmen soll. Das ist mein Schiff. Ach, das Schiff nicht kaputt. Das ist alles lustig. Alle unsere Informationen sind nach außen gedrungen. Gaius ist bereit, seine Trumpkarte aufzuspielen. Unser Bund war die letzte Hoffnung für die Anjas. Aber nun hält man uns für tot. Wenn die Anfüller jetzt von der Ultima-Waffe erfahren, hätten sie womöglich eine unüberlegte Entscheidung. Wir müssen sie so schnell wie möglich erreichen. Das ist noch nicht alles verloben. Immerhin sind wir unerletzt entfacht. Erinnerst du dich, worum ich mich gebeten kann? Wir sind schon fertig. Wir werden es schaffen, solange wir nur alle zusammenhalten. Eor Seah soll davon entfacht. Von Garudas Ende und von der Auferstehung unseres Bundes. Jeder soll das Wissen und Hoffnung schützen. Was jetzt kommt? Ein zu großen Teilen von dir. Und ich grüße deine Großhörer. Also da. Brechen wir auf. Die Führungspunkte wird informiert werden. Was hat die schon wieder ausgeheckt? Zieht doch schon, Bruder, die ganzen Fäden im Geheimen. Zieht doch schon, Bruder, die ganzen Fäden im Geheimen. tea. Zieht doch schon, Bruder, die sei Tech. AberESS ist sie monatil. Das ist schön, Bruder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jum, 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 Jum. Oder wenn wir die Führung davon in Kenntnis setzen, dass wir doch noch da sind. Ja, und dann mal schauen. Bis dahin.